Und dann Moinzen zum Spielfazit hier zum 2-3 des VfB gegen Eintracht Frankfurt, so grob einen Tag, 24 Stunden nach dem Spiel. Wir sind natürlich ein bisschen unemotionaler, vielleicht ein bisschen sachlicher runtergekommener, als es gestern Abend, gestern Nacht gewesen wäre. Natürlich wird da trotzdem hier und da noch ein bisschen Emotionalität dabei sein und zumindest von ihr berichtet werden von gestern. Wie immer hier mein Ablauf, Spielablauf, Spielverlauf, Spielbericht mäßig danach, Spielfazit und wie immer das anhand meiner Notizen. Chronologisch, die ich hier immer gemacht habe gestern, seit vor dem Spiel bis nach dem Spiel. Und auch wie immer hier der Start wieder mit der Push-Benachrichtigung, der Titel des VfB in Sachen Stimmen zum Spiel. Nämlich so brutal kann der Fußball sein und das stimmt ja genau auf dieses Spiel zu, das trifft genau darauf hin. Ja, ganz am Anfang war schon klar, das sind Big Points, das ist quasi ein 6-Punkte-Spiel, das kennen wir eher aus dem Abstiegskampf, aber es ist quasi ein 6-Punkte-Spiel durch die Ergebnisse halt. Union Freiburg unentschieden, Dortmund verliert, Leverkusen nur ein Punkt in Bochum, Leipzig auch nur ein Punkt, klar. Da sind Mannschaften wie Leipzig deutlich weiter vor uns, aber an sich so Europa League, Champions League, europäische Plätze, war das schon ein großes Spiel, was es anging. Und darf nicht dabei, auch nicht in der Nationalmannschaft, was ja auch logisch ist, wenn er beim VfB-Fletz ist, dann reist er da auch nicht hin. Auch mal gut, dass er eine Pause bekommt, sich ausgerührt und so weiter und so fort. Direkt am Anfang auch schon die Frage, wo sind die Frankfurt-Ultras? Weil man hat es gesehen, da unten hat was gefehlt, den ersten, kann 3-4-5 rein in diesem Stehbereich im Gästeblock. Es gab mittlerweile ja auch schon Berichte, wie gesagt, laut den ganzen Berichten, Polizeiberichten, whatever, waren sie wohl ziemlich selber schuld, wenn man das so liest, ne? Irgendwie wieder an der Raststätte, dann irgendwie Polizei bepöbelt, keine Ahnung, irgendwie Polizeiwagen getreten, irgendwie sowas habe ich gelesen, glaube ich. Wie gesagt, da wird es wahrscheinlich auch verschiedene Berichte geben. Von Fanseite heißt es ja oft, boah, er war ein bisschen wieder nur die Polizei schuld, so einfach ist es nicht. Andere Fälle gab es natürlich auch schon, wo eben, ja, Polizei vielleicht ein bisschen arg willkürlich war und so weiter und so fort. Thematik, ob man an jeder Raststelle irgendwie die Fanbusse anhalten muss, um nach Pyrus zu suchen oder sowas zum Beispiel. So Geschichten, ist schwierige Thematik, aber wie gesagt, in dem Fall jetzt bei dem Spiel, was man so liest, und wie gesagt, auch da muss man nicht mit der Attitüde rangehen, erstmal alles nicht zu glauben, was da berichtet wird. Deswegen, wenn man dem Zeug glaubt, was da steht und auch von verschiedenen Seiten so geschrieben wird, klingt das eher danach, dass die Frankfurter halt schon durchaus selber schuld waren an der ganzen Nummer und danach eben auch solidarisiert, der ganze Rest auch nicht zum Stadion ist, heimgefahren ist. Ja, umgedreht hat quasi so formuliert und dann waren eben keine Ultras da. Natürlich der Stimmung nicht unbedingt gut getan und da war schon von Beginn an klar, dass das Kacke ist für die Stimmung. Aber wie immer natürlich richtig geil, Flutlicht, 17.30, Top-Spiel, also die Lust, aber hast du natürlich nicht genau auf dieses Spiel, ist ja auch ganz logisch. Gehen wir rein in das Spiel, riesen Chance an Mammusch direkt am Anfang, den macht er normalerweise, habe ich aufgeschrieben in der vierten Minute und auch da muss man auch schon mal direkt sagen, die ersten Fangs sind natürlich angestimmt worden gegen die SGE, die Klassiker, die auch später nochmal kamen, aber gerade am Anfang hieß auch vom Capo dann, ganz klar, Jungs, das ist witzlos, das lassen wir jetzt erstmal bleiben, die kommen hier gerade nicht rein, ist noch unklar, was jetzt hier los ist, ist witzlos jetzt hier gegen SGE, gegen Frankfurt, gegen die Eintracht zu singen, fand ich zumindest sehr, sehr fair und dann wieder in dem Fall hingeschrieben, sind die dumm. Ich dachte, es wäre Mio gewesen, werde ich dann auch irgendwann, wenn ich dazu komme und das fertig bekomme, auch wahrscheinlich im Audio-Flog, Audio-Schein-Flog dann hören, dass ich zuerst glaube, dass Mio verschießt, aber es war Demirovic. Verschießen wieder einen Elfmeter in der 23. Davor muss man sagen, wie gesagt, die Mamouche-Chance, der war da, sonst, ja, war das ein gutes Spiel, ein guter Anfang, gute Anfangsphase vom VfB, auf jeden Fall, Spiel mehr oder minder im Griff gehabt. Gegen Frankfurt hast du nie 100%-Kontrolle, weil die halt aus wenig viel machen, weil die da vorne halt Jungs haben, Mamouche, Ekitike, die halt komplett Banane sind aktuell, deswegen, so ein paar Umschalt-Situationen gibt es immer, gab es auch immer, aber grundsätzlich war das ein gutes Spiel, auch schon von Beginn an. Und jetzt halt, ja, Thema Elfmeter, vier Stück am Stück verschossen. 23. war das und das geht halt nicht. Also das ist ganz simpel und lässt sich wieder hier am Mikrofon Tag danach natürlich auch ganz simpel sagen, aber in der Bundesliga vier Elfmeter am Stück zu verschießen, ich glaube, Freiburg ist jetzt auf einem ähnlichen Niveau unterwegs, aber das muss nicht sein und das war ja auch schon generell lange so, wenn man Gerasi rausnimmt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es richtig irgendwo gelesen hatte, irgendwie, ich glaube, drei oder vier aus zehn Elfmetern waren drin bei uns, wenn man die ganzen Gerasi-Elfmeter rausrechnet, weil es ja auch noch letztes Jahr, dann trotz der guten Phase verschießt man Führig, verschießt man, keine Ahnung, wer das war, und Sie das, glaube ich, irgendwann mal. Und dann quasi auch beim dritten, vierten Versuch mussten Gerasi machen, damals bei diesem 2 zu 1 gegen Dortmund in dem Beispiel. Ja, uns fehlt der Stürmer oder der Elfmeterschütze und das liegt, keine Ahnung, woran es liegt, ich weiß nicht, Übung, keine Ahnung, Konzentration vielleicht eher das Thema, weiß ich nicht, weil an sich können dieses Jahr, Kraten, die Mirovic ist ja das perfekte Beispiel, Supercup in Leverkusen, Elfmeterschießen, der jagt das Ding ansatzlos, ich glaube, rechts oben von ihm aus gesehen, vom Schützen aus gesehen, jagt das ansatzlos in Knick. Und dann hat jetzt hier wieder so ein Lulli-Elfmeter gegen Frankfurt. Also so einen richtigen Grund finde ich nicht, aber es ist natürlich absolut ein Problem, die ersten drei Male, die wir verschossen haben, hatten wir das Glück gehabt, dass der Ball zurückgekommen ist und dann der Abschaubar drin war, so halt nicht. Wäre natürlich geil gewesen, in Führung zu gehen, auch für den gesamten Spielverlauf dann noch gesehen. Wir haben da schon aufgeschrieben, wir spielen aber gut, Frankfurt aber halt immer ein bisschen gefährlich. 1-0 dann, aber leider abseits, Schabot wäre es gewesen, 4-1, 4-2-1 Torschütze zu der Situation. Ja, aufgeschrieben, diszipliniert, mal brillant, läuft. Das war so mein Zwischenfazit, so um die halbe Stunde rum, so grob, weil ja, das war gut, das war einfach gut. Die waren gut im Spiel, wie gesagt, hier und da kamen auch mal irgendwelche Kombinationen, funktioniert wieder, wo zuletzt auch mal hier und da der Ball eben dann doch nicht, ja, perfekt kam, nicht akkurat genug kam. Das lief ein bisschen besser oder auf jeden Fall besser gegen Frankfurt. Mio 37. war, glaube ich, auch echt eine größere Chance, als es am Ende des Tages halt war. Dreht sich da wunderschön frei, da steht da, was war es, 16 Meter zentral vor der Hütte. Und da schreie ich dann, keine Ahnung, aus der Aktion, wie geil ist die da reingerät, ein bisschen zu überhassig gewesen und das Ding in Nachtfilme gejagt. Ich habe gesagt, das Ding darfst du halt wirklich 100% gerne auch mal aufs Tor bringen, so ganz doof formuliert. Da darf mehr raus passieren aus solchen Situationen, muss mehr aus solchen Situationen passieren, sonst läuft ein Spiel so, wie es heute, ja, gestern gelaufen ist. Aber wie gesagt, auch da, bis dahin war das wieder bockstark rausgespielt, diese Szene. Und auch da, ja, Thema Stimmung, weil es viele ansprechen. Ich gehe überhaupt nicht mit bei diesem, boah, war das wieder schlecht oder keine Ahnung, wir sind gerade voll unterdurchschnittlich, gehe ich nicht mit. Wir haben immer noch einen sehr guten Stimmungsschnitt. Wie gesagt, auch das Spiel war wieder sehr, sehr ordentlich. Gerade natürlich am Ende komplett Eskalation, da kommen wir ja später noch zu. Oder wie das letzte Aufruhrjagd dann, aber eben auch zu dem Zeitpunkt, das ist das, was ich schon mal angesprochen habe. Und wie gesagt, ich bin kein Kapo, ich will kein Kapo sein. Ich stehe auch nicht unten im Stehbereich. Ich gebe nur Feedback oder nur mein Feeling, was vielleicht die Stimmung noch ein bisschen mehr heben könnte. Weil auch da, klar, auch das musst du nicht 90 Minuten lang penetrant singen. Ja, ne, überhaupt nicht. Darauf will ich gar nicht hinaus. Also es gibt auch Raum und Zeit für andere Fangesänge. Aber dass du wieder bei dem Spiel beispielsweise bis zur 40. gebraucht hast, für das erste Forza VfB, das angestimmt wird, finde ich halt ein bisschen schade. Das sind mir hier und da ein bisschen zu, wie soll ich sagen, zu sehr diese spezifischen Cannstatter-Kurve-Dinge, diese zu spezifischen, ja, Fangruppen, Fangesänge, sage ich mal. Es wird nie passieren, dass eine Haupttribüne oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, bei diesen Cannstatter-Kurve-Fangesängen, die wirklich auch Text haben und so weiter und so fort, dass sie da jemals groß und lautstark mitmachen werden. Das passiert nicht. Du brauchst halt hier und da diese Banger, diese Forza VfB, diese Wechselgesänge, die es immer wieder gab, ne, der VfB-Gesang rein und so weiter, 1893, das brauchst du ein bisschen häufiger. Das ist so ein bisschen nur, wie gesagt, meine Analyse oder mein Feeling. Wie gesagt, ich bin nicht da unten, ich geh da unten auch nicht hin, aber das ist so mein Feeling, was vielleicht die Stimmung noch ein bisschen mehr heben könnte. Aber wie gesagt, auch da gehe ich nicht mit, dass unsere Stimmung jetzt in irgendeiner Form irgendwie schwach wäre oder whatever oder unterm Niveau wäre, gehe ich jetzt wirklich nicht mit. Aber hier nochmal geschrieben, Frankfurt ist sehr selten zur Entfaltung, das war wirklich ordentlich, aber dann eben direkt danach billig über den Standard und das ist es ja einfach. Klar, der ist gut getreten, läuft schön rein, ne, aber grundsätzlich Standard gegen Tore immer ein bisschen billig hier und da und dann mit einem Halbzeitpfiff. Das muss halt nicht sein. Ich glaube, Ekitike war es ja in dem Fall der Klassiker, machst du vorne und nicht, kriegst du hinten. Wie gesagt, Elfmeter verschossen an der Stelle nochmal. Aber man kriegt es mit einem Halbzeitpfiff quasi, das 0 zu 1 Klassiker. Das geht, das ist einfach schade. Frankfurt sogar nochmal einen Abschlusskapp, glaube ich, vor der Halbzeitpause und dann zweite Halbzeit, wieder guter Start rein, wirklich guter Start rein und dann, ne, wieder das nächste Wort, das nächste harte Wort vielleicht, aber bodenlos, weil in Überzahl ein Mann mehr in dieser Situation, gerade in Frankfurt, glaube ich, draußen behandelt worden, was auch immer, fällt es 0 zu 2. Billiger Ballverlust, billiger Ballverlust im Aufbau in der Mitte. Dann geht es schnell, auch da habe ich noch ein bisschen Glück gehabt, dass die Reingabe so abgefälscht wird, dass er eben bei Brown landet. Auch da dachte ich kurz, das war Musch gewesen. Wäre es ein bisschen schwer zu entziffern manchmal, quasi aufs hintere Tor gesehen, aber es war eben Brown 0 zu 2, 55. Ja, aber hier ist schon direkt was drin in den Notizen. Hatte ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Was sich durchs ganze Spiel gezogen hat bei mir, obwohl es eben dann 0 zu 2, später 0 zu 3 stand, habe hingeschrieben, ich habe ja 3 zu 2 getippt. Ich habe diese Hoffnung, diesen Glauben nie so ganz verloren, weil auch da steht es nochmal bei mir, kein Spielverlauf für uns. Daran lag es halt, es war halt nicht unser Spielverlauf. Das Spiel lief uns nicht rein, aber wir waren nicht elementar schlechter, beziehungsweise wir waren eigentlich besser als Frankfurt, haben halt die Tore gefehlt. Deswegen war immer so ein bisschen der Glauben da, gerade natürlich zu Uhrzeiten noch oder ja, Zeiten im Spiel, wo es noch möglich war, wo noch nach einem Anschlusstreffer 25, 20 Minuten Zeit gehabt hättest, natürlich dann noch mehr Hoffnung drauf gehabt, dass noch was geht. Bilal rein, Deal rein, wirklich Deal fand ich sehr, sehr gute Einmerksamkeit gewesen, sehr frisch, hat mir sehr gut gefallen. Also cool, dass wir den zurückkamen jetzt nach der Verletzung, so als einfach, ja, Effekt von der Bank. Offensiv wechselt logischerweise Karas so raus in dem Fall, also oft dann der, der aus dem Mittelfeld rausrutscht. Klar, dann auch Mammutaufgabe, aber auch da 8 zu 5, Torschüsse 61. Minute und dann Mammusch, Traumfreistoß wieder. Und auch da werdet ihr wahrscheinlich hören im Audio-Stadion-Flot, wie ich sage, der macht den rein. Und ich habe, glaube ich, danach erst gesagt, sorry, ich war schuld nach dem Motto. Ich war mir sicher, der legt den rein. Das war so ein Spielverlauf, so eine schöne Position, natürlich nicht einfach, aber so eine schöne Position auch, so ein Spielverlauf, der nicht für uns lief. Ich dachte mir, geil, der legt den auf den Fuß. Der macht den Weltrekord, was es ja, glaube ich, wirklich sogar ist jetzt mittlerweile, nämlich quasi drei Freischüsse anzutreten und drei zu treffen am Stück. Legt ihn halt rein, legt ihn sauber rein. Der hat einen Speed, eine Klarheit in diesem Schuss, so doof es klingt, dass ich auch da Nübel keinen Vorwurf mache. Der ist nicht haltbar oder sehr, 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 sehr schwer haltbar. Aber, ja, haben wir die beiden Trainer genauso auch formuliert. Das war eine krasse Nummer. Man muss gerade, wie gesagt, wenn es läuft, dann läuft es halt. Und das ist bei Man Musch absolut der Fall. 62. Motto habe ich noch hingeschrieben. Man ist nicht schlechter und legt 0 zu 3 hinten. Planker Wahnsinn. Das ist halt auch ein Team, das einen Lauf hat. Das bestellt sich auch dann am Ende des Tages mit diesem 3 zu 2 Sieg. Das einen Lauf hat, wo der Unterschied liegt, nochmal auch zu uns. Wie gesagt, wir finden uns gerade noch so ein bisschen, ein bisschen Spielfazit fast vorweggenommen, aber, ja, wird eine längere Nummer. Aber dieses Spielfazit aktuell, von dem her nehmen wir uns die Zeit hier an der Stelle, drüber zu quatschen, weil das war halt auch schon da, das fiel nach 0 zu 3. Gut, so läuft es halt bei einer Mannschaft, bei der es läuft. Ganz viel läuft dabei, aber es stimmt ja, die eine Welle reitet, eine Euphoriewelle reitet, eine Ergebniswelle reitet, eine Effektivitätswelle reitet, alles zusammen und wir halt nicht. Wir spielen guten Fußball, wir sind in den wenigsten der Spiele unterlegen oder irgendwas in der Form oder verlieren unsere Spiele. Hochverdient oder was auch immer in der Form. Aber die Ergebnisse fehlen, die Tore fehlen, die Effizienz fehlt. Das war wirklich ein elementarer Unterschied, der am Ende des Tages eben auch zum 2 zu 3 geführt hat, am Ende nach 90 Minuten oder am Ende 97, 98 Minuten. Aber Stimmung will nochmal. Und das fand ich dann auch geil, dieses Aufbäumen nochmal von der Stimmungsseite aus aufgebäumt. Dann kommt auch so eine Phase, die es nochmal beschrieben hat, dieses Spiel. Demirovic, Lattenkracher, 69. Auch da schon halt hingeschrieben. Ich hatte immer Hoffnung, habe immer dran geglaubt, weil eben dieses Spiel, es hat sich falsch angefühlt, dass du 0-3 hinten legst. Ich glaube, das war es. Falsch angefühlt, dieses Gefühl von, ey, das ist nicht fair. So, und vielleicht passiert noch was, um das Ergebnis ein bisschen fairer zu gestalten. Und das war diese Hoffnung darin. Aber langsam natürlich auch gemerkt, jetzt haben wir 70. so langsam brausten 1-3, weil du brauchst ein paar Minütchen für drei Tore, wenn wir das mitnehmen wollen. An der Stelle auch Bilal, guter Schuss gehabt, Bilal aber geblockt. Schuss aufs leere Tor, ich glaube, Schabot war es. Auch der nochmal geblockt, drüber gedingst. Innerhalb von vier, fünf Minuten, ja, was steht jetzt hier, drei Top-Chancen. Das war wirklich das Spiel in fünf Minuten beschrieben, sage ich mal. Wollte mal der Hendricks kommen auch noch rein, auch, wie gesagt, wollte mal der, auch einen ordentlichen Eindruck gemacht, nach der Einwechslung insgesamt. Nochmal eine Chance nach der Ecke. Chancenwucher ist back an der Stelle, aber auch das Support ist back. Der Support ist da, ging es komplett steil. Es hat mich gestern Abend noch mehr aufregt, das wirkt echt ja Vorteil, emotional gesehen, hat mich gestern Abend deutlich mehr aufgeregt, als es jetzt noch immer tut, weil ich natürlich auch dahin geschrieben habe, so ein bisschen Schauspielertruppe, Zeitspiel, natürlich immer doof, die lagen mir hier und da ein bisschen zu lang auf dem Boden rum, hier und da ein bisschen Zeitspiel, aber das gehört halt in irgendeiner Form auch zum Fußball dazu. Da ist keine Mannschaft irgendwie groß unschuldig, bestimmt manche Mannschaften ein bisschen schuldiger als andere, aber wie gesagt, gestern Abend habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gestört, als es mich jetzt nach 24 Stunden Verarbeitung, sage ich mal, und Abstand quasi tut, aber auch da noch mal geschrieben, die Zeit läuft eiskalt weg, 15 zu 7, Torschüsse nach 78 Minuten und das ist schon brutal und auch hier noch mal geschrieben, was auch brutal ist, nämlich brutal peinlich, schon wieder gehen die Ersten. Das sind die Ersten in den Gang, natürlich vor allem in diesen Anführungszeichen teureren Bereichen, Haupttrimine whatever, die Ersten gegangen, das ist so eine Geschichte, die sich hoffentlich nicht mehr, die wird nicht aufzuhalten sein, es werden Leute gehen, es werden Leute gehen, die den VfB gefühlt das erste Mal seit, ja, seitdem sie jetzt Erfolg haben, wieder eine Karte bekommen haben, dachte, ey cool, VfB ist gut, und oh, huch, doch 0 zu 3, oder doch nicht so gut, gehe ich halt heim mit der, in der 80. Du wirst es noch nicht verhindern können, wenn du so ein bisschen diese Erfolgswelle immer noch reitest, Champions League, neue Situation, es ist kein Abstiegskampf, wo quasi gefühlt nur der harte Kreis da ist, das klappt halt nicht, aber es bleibt natürlich peinlich, in der Champions League nochmal eine Stufe peinlicher, finde ich, als in der Liga, aber es bleibt peinlich, es gibt hier und da sicher triffelige Gründe, habe ich auch schon adeinander gesagt, triffelige Gründe, dass man früher geht, aber wenn es da keinen gab, dann keine Ahnung, ganz übertrieben gesagt, hat man damit gefühlt sein Recht darauf verwirkt, sich Tickets für Spiele holen zu dürfen im VfB, die bis zum 90. bleiben, die bis zum 90. Vollgas geben, die auch nach dem 0-6 übertrieben gesagt, da am Ende stehen und die Mannschaft nochmal anpushen, feiern nach Spielende, ja, aber wie gesagt, das ist ein leidiges Thema, das wird auch so bleiben, während dieser Erfolgsphase und dem neuen Erfolg, der neue Fanbase oder alte Fanbase, wie auch immer nochmal anzieht, ja, ist schade, muss nicht sein, aber wie gesagt, viel aktiv dagegen tun, wirst du halt nicht können, wieder drei Meter vor der Hütte steht hier an der Stelle und danach abgefälscht, Wagnoman, auch dahin geschrieben, eben anders ging es wohl nicht, weil es war jetzt nicht die Riesenchance, es ist halt ein Herz von hinten abgefälscht und drin, ne, die einfachen Dinger oder die größeren Chancen sind nicht rein und so ein Ding pluppt dann rein, 1 zu 3, 86, aber auch da nochmal geschrieben, zu spät, Fragezeichen, Ausrufezeichen, weil 86, dachte es, jo, sind noch drei, vier Minuten offiziell, dann kriegst du vielleicht noch drei, vier oben drauf, zwei Tore in sieben, klingt wild, aber die geben sich nicht auf und dann kommt es ja eben, wollte mal, neunzigste Minute, ich glaube genau glatt, neunzigste Minute, der Anschlusstreffer, der scort halt mal wieder, wenn er spielt, er scort, wenn er spielt, ist sehr, sehr ordentlich, natürlich waren bisher auch seine Spiele immer Pokal und sowas, aber trotzdem, er scort, wenn er spielt, schön gedreht, schön, ja, Körper rein, das Ding nochmal quasi auftitschen lassen, lange Ecke, wirklich gut gemacht, das Ding vor der Hütte, eiskalt gemacht vor der Hütte, ja, 2 zu 3 und dann, dann war der Glaube 100% zurück, wie gesagt, weil der war die ganze Zeit da, habe ich ja schon gesagt, nach dem 1-3 natürlich auch nochmal, boah geil, jetzt haben sie ihr Tor, vielleicht reicht es sogar noch irgendwie, aber die Zeit hat halt nicht das Gefühl gegeben, dass da noch irgendwie groß was geht, aber wenn dann eben das Tor fällt und du weißt, gut, 3-4 Minimum kriegst du wahrscheinlich in der Nachspielzeit, dann war die Hoffnung mal so richtig da, es hat komplett gescheppert, diese Stimmung, es hat komplett gescheppert, übrigens an der Stelle auch nochmal, Thema Zeitspieltruppe, nochmal was aufgeschrieben, weil sogar eine gelbe Karte für die medizinische Abteilung von Frankfurt gab, weil die sich Zeit gelassen haben, also da gab es schon ein, zwei Situationen, aber ich sage, das ist halt Fußball, von dem her, absolute Vollekstase, schaffen sie es doch noch, unfassbare Stimmung und dann fällt es, dann fällt es noch, Chris Führig legt das Ding rein, auch richtig cool, lässt einfach gefühlt nur abtitschen den Ball, lässt einfach nur ins Tor fallen quasi, eiskalt in 90 plus 7 oder 90 plus 6, was das da war, komplette Volleskalation, also jeder dabei war, das war krank, das war hier Wolf Fuchs Voice von Legendo, sage ich mal, hier fliegt gleich das Dach weg, ja, Art und Weise von Atmosphäre, auch schon, wie gesagt, schon vor dem 3-3, natürlich mit dem 3-3, dann final, du lagst wieder gefühlt acht Leute in den Arm, es war komplett geisteskrank, ein grandioses Feeling, genau das ist Fußball, das ist Fußball, du geile Sau, wirkt wahrscheinlich das erste Mal, dass es wirklich so eine Kompletteskalation gab, natürlich immer dann auf Last Minute und sowas bezogen, Hoffenheim kommt da nicht ran, das 1-1, logischerweise mit einer Aufmerksamkeit von sieben Minuten oder sowas, auf drei Tore zu stellen und dann, ja, wahrscheinlich Dortmund, wahrscheinlich dieses 3-3, Silas, Last Minute, wahrscheinlich das sein, was in die Region kommt zuletzt, außer ich vergesse irgendwas, aber das dürfte es gewesen sein, in die Richtung, wie gesagt, eine Legende und sowas, möchte ich gar nicht rangehen, das sind alles Einzelfälle und Einzellegendenspiele, aber so von dem Vergleich, wahrscheinlich Dortmund, das letzte Mal ist es so komplett gescheppert hat, wie da, Rot für einen Trainer oder irgendwas bei Frankfurt, Co-Trainer, whatever, da hat man schon kurz Panik geschoben, werde ich glaube ich auch im Audio-Stein im Vlog dann hören, wenn ich es drin lasse, weiß ich gar nicht, wie ich es schneiden werde, aber wir hatten kurz Schiss, dass er rausgeht, haben wir gemerkt, wann man läuft in die andere Richtung, hat die Hand an der Hosentasche, okay, das ist rot, weil er ist ja quasi links Richtung Gegentribüne der VAR und Richtung rechts ist er gelaufen, aber natürlich kriegst du ja erstmal Panik, aber leider, auch wenn es nicht an der roten Karte lag, aber leider, ja, war die Panik dann doch bestätigt oder, ja, war zu Recht da die Panik, der Griff ans Ohr, war relativ schnell da, dann hat es gedauert, dann hat es gedauert und dann zählt es nicht. Dann zählt es nicht, ähm, dass es, ja, faktisch abseits, so wie es aussieht, Volte Malle ist wohl minimal dran, dann geht er an den Frankfurter, dann zu führig durch, ähm, natürlich ein bisschen schade, weil vielleicht die Möglichkeit da ist, dass das Ding auch ohne Volte Malle durchgeht, meine, in Frankfurt ist er da im Zweikauf von Volte Malle, aber vielleicht geht der Kopfball, war es glaube ich, zu führig auch ohne ihn durch oder durch, wenn der Volte Malle ihn nicht berührt, sondern halt nur den Frankfurter Spieler quasi, ähm, ja, nicht mehr an den Ball kommen lässt oder sowas, aber gut, das weiß den Volte Malle ja nicht, ob das jetzt Millimeter abseits war, es war jetzt ja auch keine Situation von drei Meter abseits, von dem er, ähm, überhaupt kein Vorwurf, nur eben der Gedanke und dieser Hoffnungsgedanke von, boah, wäre er bloß weggeblieben, hätte es vielleicht gezählt, hilft aber alles nichts, hilft alles nichts, es zählt nicht, 2 zu 3 gegen Frankfurt und jetzt kommt dieser, ja, emotionale Part, ähm, noch von gestern Abend, gestern war eine komplette Leere, das habe ich auch, ne, wir hatten diese, diese Eskalation war Vergleichung mit Dortmund 3-3 und hat gescheppert und legendär und diesen, das nochmal vorab, diesen Moment nimmt uns ja auch sowieso keiner mehr, diesen Moment des 3-3 nimmt uns keiner mehr, er nimmt uns halt den Punkt, ähm, ne, das, dass es wirklich auch was gebracht hat, da zu jubeln, nimmt es einen natürlich, ähm, aber den Moment an sich nicht, hilft natürlich nichts, aber vielleicht da so ein bisschen dieses Feeling von, ey, wir haben es erlebt zumindest, auch wenn es am Ende nicht auf ein, äh, in der Tabelle, äh, sich niederschlägt, aber, ja, da werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen um mich herum labern, aber ich versuche es klar zu machen, das war eine unglaubliche Leere, das hatte ich schon lange nicht mehr, wie gesagt, Eskalation schlang nicht mehr so, aber eben genau das Gegenteil auch, so von, von Ekstase zu Schockstarre mäßig, Eskalation zu Schockstarre, das war eine Leere in einem drin, unfassbar, was einem da genommen wird, das war krank, komplett leer gewesen, diese Hoeneßbilder, wie er auf der Bank ist, äh, aus den Zusammenfassungen da, die man, die man sehen konnte, sind auch richtig hart, der hat es ja wohl quasi, er hat quasi gefeiert, was ich sehe, das Ding zählt, dann hat er wohl gemerkt, dass er einen Co-Trainer reinguckt, als hätte er gerade einen Geist gesehen, weil er eben gesehen hat, auf seinem Tablet, whatever wahrscheinlich, ähm, das eben Absatz war, ich glaube, da habe ich ja was gelesen, dass es so, so ein bisschen, dann den Leuten klar wurde, als der da drauf geschaut, wie, fuck, das war Abseits, und so wurde es auch im Rest klar, der lag da völlig fix und, fix und fertig, wie gesagt, so brutal kann der Fußball sein, und so brutal war er dann eben auch an dem Abend, ähm, und wie gesagt, das kurz der, der VAR, ähm, ja, VAR Aspekt, bei der Nummer, sag ich mal, ähm, wie gesagt, ich habe das schon gesagt, das ist korrekt entschieden, das ist okay, die Frankfurter freuen sich auch, also, der anderen Seite hilft dann, in der Seite der VAR, aber das mal weggelassen, rein emotional argumentiert, emotional hier quasi berichtet, von diesem Abend, von der Situation, da habe ich ja gerade schon erzählt, wie es, wie es abging, aber auch da, ist für mich der Satz, den es ja schon ein paar Mal gab, ähm, so eindeutig, wie, wie schon lange nicht mehr, dass der VAR einem mehr nimmt, als er einem gibt, weil das kann nicht, im Interesse von irgendeinem emotionalen Fußballfan sein, 54.000, ne, aus dem Weg weggerechnet, 54.000 Fans drehen komplett frei, ein 3-3, eine legendäre Aufholjagd, wäre es am Ende des Tages gewesen, jetzt war es eben eine, eine nicht vollständige, äh, legendäre Aufholjagd, ähm, und das wird dadurch genommen, dass sich irgendeiner entspannt mit dem Tee in der Hand in Köln im Keller meldet, und das, wie gesagt, das ist faktisch in Ordnung, wie gesagt, darum geht es mir gar nicht, als Frankfurt-Fan hätte es mich jetzt wahrscheinlich auch gefreut, und so weiter und so fort, aber irgendwie, wie ich schon gesagt habe, völlig emotional bewertet, ja, war das hart, und ist immer noch hart, wie dann ab diesem Abendverein, oder an dem Abend gestern, diesen Fußball in irgendeiner Form, nochmal so emotional, keine Ahnung, zu fühlen, oder in der Hoffnung zu haben, dass ich den Fußball jemals nochmal so emotional fühlen kann, wie es früher war, weil das war brutal, wie gesagt, diese Leere danach, was der einem genommen hat in diesem Moment, ist unglaublich, ähm, das wird auch nichts mehr aufwiegen, sage ich, wie es ist, auch das vielleicht ein bisschen trotzig, immer noch trotzig von gestern Abend, aber, das wird nichts mehr aufwiegen, der kann uns gefühlt die nächsten fünf Spiele jedes Mal, ein 1-0 schenken, per unberechtigten Elfmeter, oder was weiß ich nicht alles, dass uns diesen Moment genommen hat, wiegt diese Saison wahrscheinlich keine VR-Entscheidung mehr auf, vermutlich, wie gesagt, stand jetzt, ein bisschen trotzig, ein bisschen aus der Emotionalität von gestern noch raus, von nach dem Spiel noch raus, aber gefühlt wiegt das nichts mehr auf, was da genommen wurde, weil es wäre natürlich eine absolute Feier geworden danach, das 3-3, ähm, das 3-3 zu feiern in der Kurve und so weiter und so fort, das wäre wunderschön gewesen, nochmal, 3-3 war schon wunderschön, bis zum Griff ans Ohr, ja, wie gesagt, bin ja sowieso kein großer Fan vom VAR, wie gesagt, das war ja an sich alles richtig, und faktisch richtig entschieden, und es gibt ja auch eine Truppe, die sich darüber freut, nämlich die Frankfurter, aber für mich war direkt das erste Feeling, nachdem das Ding nicht gezählt hat, nachdem es das Abseitszeichen war, vom Schiri, war eben genau das, ähm, dass der VAR einen mehr nimmt, als er einen gibt, wie gesagt, vor allem und quasi 99% auf emotionaler Ebene logischerweise, eben auch sofort die erste Notiz quasi danach, ähm, noch vor dem, was ich jetzt hier alles quasi geschlussvoller gesagt habe, oder erzählt habe, ähm, war dieser Sport hat fertig, und da bleibe ich dabei, dieses Feeling aus dem Stadion, diese Leere, dass der VAR irgendwer aus Köln, der das nimmt in 90 plus 7, dieser Sport hat fertig, wie gesagt, nochmal zum 15. Mal, das war faktisch in Ordnung, aber ich glaube, ihr könnt es verstehen, ich glaube, die, die im Stadion waren, könnt es sowieso verstehen, dass das unfassbar ist, was einem da genommen wird, aber genug dazu, ähm, eines Tages ist es schade, ähm, wie gesagt, für die Punkte an sich jetzt gar nicht so riesig, weil du hast es nicht gewonnen, wäre halt ein Punkt gewesen, statt null, ist jetzt nicht der Riesenunterschied an sich, klar, Frankfurt drei Punkte, aber die sind, laufen gerade eh ein bisschen, also im Vergleich zu uns, ein bisschen außer Konkurrenz, die haben eben gerade diesen absoluten Lauf, ähm, aber was man rausziehen muss, ist eben geile Moral, geile Truppe, wäre auch hochverdient gewesen, wie gesagt, wer die Zusammenfassungen anschaut, wer die Chancen anschaut, 22 zu 8 Torschüsse, ich glaube, 3,6, 3,7 Expected Goals für den VfB, 1,6 bei Frankfurt, ich sage, da kann man selbst den Elfer abziehen, und bist noch bei 3 zu 1,6 Expected Goals, also von dem her, das wäre sportlich, mehr als hochverdient gewesen, hier den Punkt zu holen, ich rede gar nicht von Sieg, der wäre vielleicht in mancher Augen auch verdient gewesen in Summe, aber ich rede rein ums Unentschieden, ähm, was hochverdient gewesen wäre, das war der emotionale Vollbruch dieses Spiel, ähm, ja, aber wie gesagt, auch da nochmal, Thema Spielfazit, siehste eben, bei welchem Verein es komplett läuft, und wer sich eben in Sachen Ergebnissen vor allem gerade noch finden muss, die einen sind Frankfurt, die anderen sind wir, auch das nochmal, der Mamuschlauf gerade ist unglaublich, wer weiß, ob der in 5 Wochen nochmal 3 am Stück reinjagen würde, bei Freistößen, aber aktuell tut das eben, deswegen läuft sowas, ähm, wir waren eigentlich besser, mindestens auch Augenhöhe, eigentlich besser, nur zu ineffizient, das ist der Unterschied, da haben wir jetzt auch gesagt, wir waren zu ineffizient für so ein Topspiel, da müssen wir dran arbeiten, das ist ganz, ganz klar, ähm, aber nach so einem Spiel, nach so einer Leere, nach so einem emotionalen Vollbruch, in 90 plus 7 mit VAR und so weiter und so fort, ähm, ja, fällt es mir tatsächlich in dem Spiel auch mal schwer, wie ich es ja sehr oft tue, und wie ich es auch gerade so ein bisschen versuche, aber fällt mir auch ein bisschen schwer, äh, das eben in diese Richtung zu gehen, vor allem, yo, war ein gutes Spiel, und die Ergebnisse kommen auch noch, und weiter und weiter, was ja, ne, an, richtig ist, aber wie gesagt, dieser Vollbruch, die Emotionalität überwiegt da halt, nach so einem Spiel logischerweise, ähm, das war schon absolut brutal, in der Hinsicht wäre es wahrscheinlich fast besser gewesen, wenn sie 0-3 verloren hätten, und halt immer angelaufen wären, weil wir weiterhin nicht ins Tor, und jetzt gesagt, gut, die haben es versucht, aber am Ende halt kein Tor gefallen, wäre wahrscheinlich fast besser gewesen, also emotional, äh, sicher besser gewesen, als wenn es hier, ja, ein 2 zu 3 ist, und fast 3 zu 3 ist, 2 Abseits-Tore, Elber verschossen, 3, 4, 5 hochkarätige Chancen, VAR, alles, wahnsinniges Spiel, auch für neutralen Zuschauer, natürlich ein absolutes Weltklasse-Spiel, ähm, wie gesagt, auch bei Frankfurt, an sich, feiere ich das, das ist ein geiler Traditionsverein, die, die, die reiten gerade so eine Welle, wie wir es hier vielleicht ein bisschen geritten sind, letzte Saison, so ein bisschen ähnlich, ist dann nochmal eine andere Situation, bei Frankfurt, kommt aus einer Europa-League-Qualifikation, und reitet jetzt eben eine Welle, die gerade Richtung Champions League führt, wir kamen aus dem Abstiegskampf, und sind dann eine Welle geritten, die Richtung Champions League geführt hat, nochmal ein bisschen Unterschied, in Sachen, vielleicht der Höhe der Welle, wenn man es so formulieren möchte, in dem Tenor bleiben möchte, aber, wie gesagt, an sich, geil, was sie da für eine Welle reiten, bleibt ja gerne oben dabei, geile, ja, geiler Traditionsverein, bringen immer Stimmung mit, machen Stimmung zu Hause, in Europa sind sie gut unterwegs, Pokalmannschaft, alles und so weiter und so fort, ähm, aber, ja, das nach gestern, ja, werden glaube ich auch die meisten Frankfurt-Fans sehen, einsehen, wie auch immer, dass das schon ziemlich, ziemlich glücklich war für Frankfurter, oder Trainer gesagt, auch da, die PK nach dem Spiel sehr gut gewesen, von beiden Trainern, äh, sehr fair, sehr, sehr echt, ja, einfach sehr realistisch alles bewertet, ähm, ja, ist sehr schade, aber der Weg, auch das nochmal, ist richtig, der Weg ist richtig, wir waren gefühlt keinen Spielen klar unterlegen, Bayern vielleicht, Leverkusen, und der Rest, keine Ahnung, Freiburg vielleicht nicht so ein bisschen, aber sonst ist der Weg ja absolut richtig, wir brauchen die Effizienz da vorne drin, wir brauchen ein bisschen mehr Eingespielter vielleicht auch da vorne drin, immer noch nicht so ganz klar, ja, Demirovic, Elbilal, wer startet da, und da, vielleicht doch sogar man wollte, man hat das Startelf-Bundesliga, muss ich noch ein bisschen finden, Elfmeter solltest du halt auch mal einen reinmachen irgendwie, ähm, so ganz doof gesagt, aber es hakt eben an der Effizienz, das hatten wir schon mal, der Weg stimmt, da muss man weiter dran glauben, und eben darf auch weiter dran glauben, es ist ja alle Grundlage da, um weiter eben jetzt nicht irgendwie was runterzureden, was ich ja auch seltenst mache, auch hier überhaupt nicht machen, während das so im Spiel, die Moral war bockstark, die muss man mitnehmen, die war richtig gut, man war ganz ganz nah dran, spielerisch sowieso, mehr als nah dran, eigentlich besser als Frankfurt, aber eben auch ganz nah dran, in diesem Sensations-Comeback, weitermachen, weitermachen, ähm, was aber auch natürlich auch klar ist, nach dieser Länderspie-Pause musst du deine Punkte holen, das ist auch ganz ganz logisch, dann kommt Bochum zu Hause und so weiter und so fort, dann kommt auch diese Champions-League-Ecke, wo wir uns schon drüber gesprochen haben nach Atalanta, wo du eben deine Punkte holen kannst und darfst, wenn du weiterkommen möchtest, was ja auch möglich ist, realistisch ist, wenn du eben deine Punkte holst, wie du sie holen kannst, und auch im Bundesliga kommen eben ein paar mehr Gegner, die nicht unbedingt Frankfurt sind, die nicht Bayern sind, die nicht Leverkusen sind, sondern eher, ich sage, Bochum wird auch nicht einfach, das wird eklig, die haben jetzt hier einen Punkt holt gegen Leverkusen, auch einen verdienten Punkt, aber, ne, von tabellarischen Dingen, von der letzten Saison her, von dem, wo man vielleicht endet am Ende der Saison, sind das andere Gegner, als Frankfurt, Leverkusen, Bayern und so weiter und so fort, deswegen, da muss man seine Spiele gewinnen, da wird man seine Spiele gewinnen, dann sieht es auch tabellarisch wieder besser aus, als es aktuell aussieht, auch jetzt, klar, zehn Spieltage, kannst du ein erstes Fazit ziehen, ist ja ganz simpel, der Weg stimmt, die Jungs können kicken, mal zeigen sie es noch überragender, oft zeigen sie es mit einem mindestens guten, ja, mindestens guten Leistungen in den meisten Spielen, aber ob die Ergebnisse fehlen, wie es uns auch schon vor zwei, drei Wochen gesagt hat, auf die Fragen, wie er so ein Kurzfazit hat vor der Länderspielpause, ist genau das Gleiche, der Weg stimmt, die Ergebnisse passen halt noch nicht so ganz, aber auch das, das ist halt eine Findungsphase, das ist ein Kader, der einen kleinen Umbruch hatte in der Saison, der auch eine komplett neue Situation hat, dreifach belastet, die bleibt ja weiterhin, Pokal, Champions League, Liga, Nationalspieler ständig unterwegs, ne, das ist alles, einrichtung, ja, einkalkulierbar, alles in Ordnung, alles begründbar vor allem, deswegen weiter Vollgas, die Moral stimmt, die Truppe kann kicken, Vollgas, die Ergebnisse werden wiederkommen und vor allem in der Phase nach Länderspielpause ist es auch nochmal realistischer, dass sie kommen werden, das ist auch ganz klar, da wird glaube ich genug gesagt zu diesem Spiel, einiges wahrscheinlich, keine genaue Uhr vor mir oder keinen genauen Timer vor mir, wie lange ich jetzt geredet habe, aber ich glaube bei so einem 2-3, da war einiges drin, da war emotional einiges drin, deswegen auch hier, wie immer, ihr ab in die Kommentare zum VfB, zum Spiel, zum, keine Ahnung, VAR, zum Bruch, war die im Stadion, Fazit zwischen, Fazit in der 10. Spieltagen, kann man es ja ganz gut machen, vor allem kommen ja diesmal noch vier weitere in der, in der Champions League dazu, dann kommen nochmal zwei Pokalrunden dazu und Supercup, wir sind ja quasi bei 17, wir sind quasi, es fühlt sich an, als wäre eine Hinrunde vorbei, dabei sind es erst 10 Ligaspiele, ne, das ist auch nochmal ein ganz neues Gefühl, jetzt Länderspielpause und danach wird das schon alles laufen, ergebnistechnisch, spielerisch tut das ja sowieso schon in den aller, aller, allermeisten Fällen, aber ich bin jetzt auch raus, wenn wir fürs Zuschauen, wie immer gerne kostenlos liken und ablassen, ganz klar und wichtige Geschichte, ab auf dem Weg zu den 10.000, was eine riesen Marke wäre, was mich sehr, sehr, ja, stolz machen würde, auch natürlich irgendwo, aber was natürlich eine sehr, sehr schöne Marke wäre, auch für uns generell, ist ja nicht nur mein Ding hier, wenn ich alleine hier wäre, ja, da hätte ich ein Abonnent, hätte ich mich vielleicht mit einem zweiten Account, aber ihr seid ja auch alle da, von dem natürlich auch für uns an so einen riesen Meilenstein wäre, ganz zuschauen und bis zum nächsten Mal.